Ja, ich hatte ihn am Telefon, ich bin direkt nach dem Spiel in die Kabine, aber da war er schon im Krankenhaus. Habe dann gesagt, gib mir doch seine Nummer, habe ihn angerufen, viel reden konnten wir nicht. Dann habe ich ihm eine Botschaft gesendet, halte durch und tut mir leid. Und dann hat er gesagt, hör zu, das nehme ich dir nicht übel, das ist im Sport so, das kann passieren, das hätte mir mit dir passieren können. Und er hat sich natürlich gefreut über meine Geste, das ist keine Frage, dass ich sofort versuche Verbindung aufzunehmen und ihm zur Ermutigung etwas schicke.